Musik Hier, wo die Luft rein und die Wiesen saftig frisch sind, gibt's die beste Alpenmilch. Die unsere Milka so zart macht. Milka, die zarteste Versuchung, seit es Schokolade gibt. Heizölleichtschwächer 2000. Richtig bestellen, störungsfrei heizen. Eins, zwei. Kaiser! Aus Freude auf den ersten Schluck. Eins, zwei, Kaiser! Ein Schluck, vier Schluck, am besten schmeckt noch ein Kaiser! Kaiser, das unwiderstehliche Bier! Nicht alles, was gut schmeckt, ist auch gut für frischen Atem. Deshalb Dabbelmint. Mit natürlicher Minze, doppelt frisch. Dabbelmint, dieser kühle, frische Geschmack, gibt natürlich frischen Atem. Dabbelmint für natürlich frischen Atem! Leuchtendes Gelb. Keine Farbe hat Van Gogh mehr geliebt. Sie steht im Mittelpunkt seines Schaffens. Maler beschreibt nicht nur, wie Meisterwerke entstehen, sondern sagt auch, was ihre Schöpfer bewegte. Heft 1 berichtet über Van Goghs Leben und Zeit. Er klärt seine Malweise mit Abbildungen seiner berühmten Meisterwerke, aber auch weniger bekannten Bildern. Jede wöchentliche Ausgabe stellt einen Meister vor. So entsteht ein komplettes Nachschlagewerk der Malerei. Entdecken Sie die faszinierende Welt der Malerei. Maler Das weiche Cosi ist ein Star. Inzwischen ist das jedem klar. Bei Cosi braucht man nicht zu schauen. Da kann man einem Tritt zertrauen. Ich kann es blühen, wenn ich es greif. Kein anderes ist so cosiweich. So weich kann nur das Cosi sein. So weich, dass man es blinder kennt. Winnetou? Zähneputzen? Hab ich schon. Der Färbetest von Antibelag wird es zeigen. Oje. Das Rote ist gefährlicher Zahnbelag. Karies kann entstehen. Blendax Antibelag entfernt Zahnbelag und führt dem Zahn stärkendes Kalzium zu. Merkt ihr es? Blendax Antibelag mit Kalzium. Für gesunde Zähne ohne Karies. Sunlicht flüssig. Ein Teelöffel voll genügt. Schau, unsere Männer richten schon für die Jause her. Bis sie fertig sind, sind wir es leicht. Sunlicht. Gibt es jetzt ein neues Sunlicht? Ja, in der neuen grünen Flasche. Und ein Teelöffel voll genügt? Ja, für das gesamte Geschirr da. Weil Sunlicht extra ausgiebig ist. Dann ist Sunlicht aber wirklich preiswert. Na, ging das nicht geschmied? Was habe ich gesagt? Wir sind schneller. Also toll, dein Sunlicht. Sunlicht mit mehr Fettlösekraft durch echten Zitronensaft. Ein Teelöffel voll genügt. Sind Sie bereit? Gleich erfahren Sie, wer heute Millionen gewinnt. Bei der österreichischen Klassenrotterie. Freunde, regelmäßig putzen. Ohne blöde Ausrede. Echtes Leder braucht echte Lederpflege. Echtes Leder braucht Erdal-Tubencreme. Denn Erdal-Tubencreme nährt, schützt und hält das Leder atmungsaktiv. Tubencreme von Erdal. In vielen schönen Farben. Echte Lederpflege. Ja, das ist Erdal. Je mehr wir vom Leben verlangen, umso mehr verlangt das Leben von uns. Aus diesem Grund haben wir das neue Osulio Reform entwickelt. Das Speiseöl mit mehr als 70% wertvollen, ungesättigten Fettsäuren. Und du bist auf dem Weg in der Ölphäre. Das Speiseöl mit mehr als 70% wertvollen, umso mehr verlangt das Leben von uns. Und du bist auf dem Weg ein bisschen mehr als 50% wertvollen, umso mehr verlangt das Leben von uns.